Hey, da ist jeder, wir holen die Meisterschaft, den Meisterschaft, das war's. Wir begrüßen erst mal recht herzlich das Funktions-Team, das Team, was hinter der Mannschaft steht. Und wir sagen recht herzlich willkommen, Kulle, Jörg Schmidt, Andreas Lehmeter, Levi. Dann haben wir den Lukas Fabian Farbe, den Frank Michatzeck und Marco und den Wierschlicker Demo, alle sind sie da. Und jetzt wollen wir uns nicht auch wenigstens einmal richtig abklatschen, das war so schön, das hat Spaß gemacht. In Lederhosen sah es auch geil aus. So meine Damen und Herren, jetzt geht es richtig los. Ladies and Gentlemen, im Tour mit der Nummer 1, Alice, seit 2009, bei V5, Weißfrau. Und sie bringt mit, mit der Nummer 2, Luisa. Die Nummer 3, Charlotte. Einen wunderschönen Nachmachendittag wünschen wir der Nummer 6, Maren. Die Nummer 1, Anna. Das Spaßkind. Und wir sagen recht herzlich willkommen, unsere Nummer 10, Selina. Eine große Lady des deutschen Fußballs. Sie hat die meisten Champions League Tore. Recht herzlich willkommen mit der Nummer 26, Bumm Bumm. Conny. Conny. Ich glaube, ich müsste noch ein bisschen aufrutschen. Und wir begrüßen recht herzlich die Nummer 28, Leder. Herzlich willkommen mit der Nummer 29, Melle. Und wir sehen jetzt, meine Damen und Herren, den Ersten. Wenn man 17 Siege hat, 2 Unentschieden, 3 Niederlagen, 71 zu 16 Toren, 53 Punkte. Dann ist man Deutscher! Alles gut! Herzlich willkommen, Ralf! Sie ist seit 2005 dabei. Und wir sagen recht herzlich willkommen mit der Nummer 25, Martina. Aber auch ein Team braucht eine Leitwölfin. Und diese Leitwölfin wurde seit zwei Jahren gefunden. Und sie hat die Zügel in der Hand und sie sagt, auch wenn es manchmal nicht so richtig läuft, dann müssen wir zusammenstehen. Meine Damen und Herren, der Kapitän, mit der Nummer 13, Nadine! Meine Damen und Herren, hier stehen Sie! Sie! Der Deutsche! 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 Und der Champions League! Sieger! Der Deutsche! 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 Und Champions League! Sieger! Ihr seid! Die Mannschaft ist! Sieger! 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 Gebt mir einen Sieger! Gebt mir ein B, gebt mir ein A, gebt mir ein Ausrufezeichen, 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 wir singen und bauen uns vor Dette! Dette! Dette!